Du willst eine Krause R1, ist richtig? Schwierig. Französisches Modell, 1962 rausgekommen. Zwei Kaliber. Wird nicht mehr hergestellt. Gut für Wohnung. Ideal für Schnellfeuer. Macht Teller große Löcher, Mann. Wozu brauchst du das Ding? Na egal. Mir empfiehlt das sowieso eine 357er. Magnum. Zwei Tage Bedenkzeit. It feels like someone is algunas. Bring it apart. Untertitelung. BR 2018 Wie heißt du? Wer bist du? Liv. Und du? Patrick. Wie? Patrick. Wie Patrick Bateman. Was? Ist egal. Einfach Patrick. Ist gut. Wie? Okay. ... Untertitelung des ZDF, 2020